So, Hallöchen und willkommen zurück zu Allerdorf, das ist der Witcher 3 White Hunt mit Geraldino und mit Moa. Ähm, ja, wir haben ja hier auch gehört, wir wollten ja ähm, die Person in Not retten. Ich weiß nicht, ob hier Gegner sind oder so, keine Ahnung. Ja, doch, hier sind Gegner. Ach so, das ist ja das mit dem Nicht-Gut. Jetzt ist aber Ruhe hier. Komm, mach hin, Gerald, meine Fresse. Mir gehen die Bogen schützen nämlich tierisch auf die Nüsse. Nochmal. Sind zwei auch noch mit dem Schild. Was willst du? Wie hast du mich grad gebastardt? Wie hat ich dir den Kopf ab, Junge? Aua. Komm her, Sklaventreiber. Na, kann ich die parieren? Ich kann die parieren, das ist gut. Ja. Mein Gott, dass der eine auch noch da ist. Nacht auch. Guck mal, dieser anpackt, wachrichtig. Okay, ich treff den immer nur einmal. Das Nachprügeln bringt gar nichts, weil ich immer gegen Schild haue. Na komm, mein Fred. Komisch, in dem Spiel kann ich besser parieren. Als bei Dark Souls. Er kommt. Komm, putti, putti. Putt, putt, putt. Mein Gott, der zweite geht mit tierisch auf den Sack, dass der... Ja, verteilt euch mal. Ihr müsst euch verteilen. Jetzt reicht's mir aber hier. Ich muss erst mal hochheilen hier. Komm her. Wenn der erst mal weg ist, ist... Auf jeden Fall nimmt er durch meinen Gift Schaden, also ist gut. Ich kann mich nur auf den konzentrieren. Da ja alle tot sind, bis auf der. Komm schon. Komm näher. Du gedreht. Kurva. Jetzt stirb doch einfach. Aber mit Level 9 gegen Level 16 ist schon krass. Ich habe mich ver Yum. Ich habe mich verglichen. Ja. Ich habe mich verglichen. Ich werde mich verglichen. Aber mit allem. Jetzt fall endlich um. Nur ein Schlag oder so. Hat sich gelohnt. So, erstmal looten. Looten, looten, looten. Oh, wo liegt der? Ich nehme einfach mal alles mit. Beim nächsten Verhändler wird dann eh alles verscherbelt. Besonders die Waffen. Du bist überlastet. Ja gut, ich würde sagen, wir können mal ein paar Gummiknüppel. Nur von denen. Wegwerfen, ne? Die sind eh. Die bringen auch nichts ein. Von daher. So, das sollte gehen. So, dann retten wir mal den Hayopai. Hallo. Ich bin hier, um dich zu retten, aber ich finde die Tür nicht. Wo ist denn die Tür? Bin ich dumm oder so? Ach hier. Jo, Bruder, was geht? Danke, Hexer. Wenn du nach Maulbeertal reist, komm in meine Schmiede. Dort wartet zum Dank etwas auf dich. Nach Maulbeertal. Das können wir eigentlich machen, ne? Hier liegt noch einer. Habe ich vergessen zu looten. Ach so, ne, das ist gar nichts. Das Zeug. Maulbeertal. Okay, wir gehen jetzt nach Maulbeertal. Ähm. Maulbeertal. Da waren wir doch schon. Oder nicht? Nee, da waren wir leider noch. Doch, hier oben. Ja, nice, Alter. Warte mal. Warum mache ich das? Können wir eigentlich da hin? Dann, ähm. Ich bin... Ich laufe zwar schneller wie der Typ, ne? Aber der ist trotzdem schneller da wie wir. Ich bin toll, witzig. Gut, machen wir uns auf den Weg nach Maulbeertal. Sammeln noch ein paar... Verkräuter wie Miraculix aus Asterix und Obelix. Aber ich mache mal einen Bogen um die wilden Hunde. Ich habe keinen Bock auf die. Weil die mich tierisch nerven. Aber... Erstmal... Ich habe einen Schluck Kaffee, meine Lieben. Kaffee ist der Saft. Des Lebens. Zumindest bei mir so. Warum der jetzt die Kräuter nicht gesammelt hat, das verstehe ich auch nicht. Geht die stehen bleiben, oder was? Der Typ war Rüstungsschmied, okay. Aber wo? Oder ist der noch nicht da und ich muss doch noch warten? Mir auch noch was. Da ist er ja. Da ist er ja. Ist noch gar nicht da. Da meditieren wir mal. Da können wir auch unsere... Unsere Items wieder... Wieder aufbüllen. Ein Mädchen, was... Glaub mir, Mädchen, das möchtest du nicht. Was ist der jetzt? Holbeertal. Ich behalte dich im Auge, Nordling. Dein Vaterjunge. Was ist denn der jetzt? Ich sehe, dass du ein weitgereister Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Was gibt es Neues in der weiten Welt? Du bist bekloppt, Alter. Alter. Hä, wo ist denn jetzt? Was ist denn so ein Schmied? Wollt ihr mich doch mal arscheln oder was? Etis? Wenn ich den rette... Quatsch mich nicht voll, Junge. Ja, super. Ist er doch nicht hier oder was? Oder wie oder wo? Hallo? Gut, dann reisen wir weiter. Dann geht es jetzt Richtung Milfgard. Äh, Novigrad. Milfgard kommen wir auch noch. Okay, hier oben habe ich noch gar nichts. Dann können wir Richtung... Erstmal Richtung... Verquerung gehen hier hin. So. Wie gehen wir da hin? Das ist ja gar nicht weit. Jetzt sind wir nur 380 Fuß. Kram, kram. Wat? Wacken? Da war ich auch mal. Geht mal wieder hin. Mein Gott, ein Zaun. Spitzwegerich. Das sind aber komische Äcker hier, du. Ist da überhaupt was weg, so wie die aussehen? So. Ich muss nur gucken. Ich muss nur aufpassen. Äh, wegen der Quest für die Schreine. Weil bei 2 Stellen brauche ich nämlich ein hohes Lämmchen. und ich muss gucken, dass die nicht fehlschlägt. Ab einem gewissen Punkt schlägt die nämlich fehl. Wenn ich... Wenn ich... Ähm... Wenn ich irgendwo reingehe. Ich glaube, das kann... Aber der ist ein Bandit oder was? Was sind das für Hunde? Warte mal, gab es hier nicht eigentlich auch einen Wegpunkt? Hier gab es doch auch einen Wegreisepoint. Egal jetzt. Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Sonst... Erstens... Aber man sieht so richtig krass die Armut in diesem Land. Das sollten wir nicht. Wir können die Hunde nicht halten. Der Grenzpost... Also diese Wege hier, die sind echt weird gemacht. der kleinen Insel. Guten Tag. Weitermachen. Scheiße. Kann's passieren. Scheiße. Was war das für eine Aussage, mein Freund? Was war das für eine Aussage? Hm. Ich bin dafür, wir gehen hierhin. Erstmal. Ich habe mir überlegt, ich wäre jetzt nicht alle Fragezeichen. Ein Let's Play, also aufnehmen. Hier werde ich, glaube ich, wenn ich mal Zeit habe, vorzunehmen, zu vorbereiten. Zum Beispiel wie mit dem Werwolf, waren wir ja nicht an der Stelle. Wir haben mal letztens an der Höhle aufgehört, wo wir mit Kehrer raus sind. Und ich bin da schon hingelatscht, beziehungsweise schnell gereist. Und ich denke mal, so werde ich das auch mit einem Fragezeichen machen, mit einigen. Da muss ja jetzt nicht jedes Monsternest in Folge rein. Immer die gleichen. Was bist du denn? Er hat ein Trunkner Toter. Er sieht aber auch ganz schön aggressiv aus, mein Freund. Ich wege mich aber auch krass an mit Gegnern im hohen Level gerade im Moment. Aber der Feuer, das Feuer juckt ihm nicht, ne? Gerardo, du kannst ruhig, äh, das Schwert wieder automatisch wegstecken. Das wäre sehr vorteilhaft. Obwohl halt einfach nur eine Taste, eine Taste mit der, was zu drücken ist. Damit das Steck wegsteckt, aber... Hose. Wir sind doch schon fast Level 10. Arme Städterin. Pass auf mit der Sense, du. Dann klaue ich den armen Menschen noch, die letzten Kräuter vom Acker. Wo sowieso nichts wächst, weißt du? Ja, ich bin schon der fiese Type. Eigentlich spielen wir ja keine Helden. Eigentlich spielen wir ja voll die krassen, fiesen Typen, ne? Wir gehen ohne Anmeldung in Häuser. Da anzuklopfen, einfach rein, machen. Gibt es hier keine Schnellreise? Teufel in den Wäldern, okay. Ich muss doch irgendwie wieder... Ja, da hinten ist eine Schnellreise-Markierung. Hier gehen wir aber mal hin. Auftrag, der Herr des Waldes. Hehehehe. Kräuterhändler. Was? So wie du aussiehst, riechst du auch. Blöde Kuh. Was? Hast du was Interessantes? Oh, warte mal. Warte, 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 warte. Ach, warum ist das immer da drüben? Nee, Sturm. Weiße Möwe. Berg, Schnaps, obwohl es sinnlos ist. Genius, Absurd und... Wasserweb. Ich kann wieder zwei Trinke machen. Best? Shortköder. Was brauche ich denn? Monster-Code. Jetzt muss ich auch noch Monsterscheiße sammeln, oder was? Lebe wohl. Schüchikowski, ich gehe jetzt erstmal einheben. Na, hey, wieso stehe ich hier? Nein, Bier wäre jetzt genau richtig. Das sehe ich auch so. Willkommen, willkommen. Zeig mir deine Waren. Was hast du denn da? Weiß nicht, kann ich meine Waffen bei dir verkaufen? Also langsam? Nein. Das hier? Ah, kann ich. Ähm. Hier. Nimm mit. Was hat denn der da drüben? Das ist Fisch, oder? Ausgenommener Fisch. Das sind doch Quintkarten, ne? Ja, ich spiel kein Quint. Hm. Tschüssi. Hast leider nichts für mich. Ist das. Ähm. Ja. Auch. Warte mal, wo sind wir jetzt eigentlich? Wasser. Da sind wir. Geralt, raus aus dem Wasser. Obwohl du wolltest ja eh waschen hast. Also dir wurde ja gesagt, du sollst dich waschen. Gut. Wir nehmen einfach mal Quests an ohne Ende. In so herrlichen Natur. Und da reisen wir dann in der nächsten Folge hin. Ich entziele nämlich gerade. Die Aufnahmezeit ist vorüber. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid. Bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Einen wundervollen Abend. Macht's gut. Utschüss. Und tschüss.